Hallo, servus und habe die Ehre, jetzt zeige ich euch wie man am besten mit der Drohne fliegt, dabei ist zu beachten, dass sich eigentlich alle gleich verhalten, bis auf die zweite Variante der Zombie Drohne, also die mit dem Laserstrahl, die ist nämlich etwas lamsager und sperriger unterwegs, aber sonst macht es für mich zumindest keinen Unterschied, ob man die Knobloch Drohne, die Artischocken Drohne oder die normale Zombie Drohne fliegt. Das Wichtigste beim Fliegen ist eindeutig die Bewegung, man muss wirklich immer in Bewegung bleiben und darf keine Sekunde auf einer Stelle schweben, leider sehe ich das noch immer viel zu oft und diese werden dann sehr schnell heruntergeschossen. Es muss also ein ständiges Auf und Ab passieren, damit man die Gegner verwirren kann, am besten man verschwindet mal kurz um eine Ecke oder taucht irgendwo unter und erscheint dann plötzlich wieder hinter dem Gegner. Mir ist es schon oft passiert, dass ich so den Gegner verorscht und verwirrt habe und das freut einen natürlich dann mehr, als wenn man jetzt einem nur so ganz normal kennt. Zur Drohnenauswahl habe ich auch einen Tipp für euch, für Gärten und Friedhöfe sind am besten die Standard Drohnen, weil wenn man den großen Bombenschlag in den Garten oder auf den Teleporter schießt, kann man einiges an Punkten holen und manchmal auch richtige Multigills reißen. Die Zweitvarianten empfehle ich vor allem bei Team Deathmatch, da man es da oft mit einzelnen Gegnern zu tun hat und da der einzelne Bombenschlag viel besser ist, da man ihn öfter und gezielter einsetzen kann. Leider ist bei diesen Varianten die Primärwaffe schwächer, aber es ist generell schwer mit der zu zielen, vor allem wenn man sich sehr viel bewegt. Einen wirklich guten Abschlusstipp habe ich noch und zwar wenn ihr die Standard Drohnen spielt, versteckt euch am Anfang oder spielt zumindest nicht so offensiv. Und wartet bis der Bombenschlag aufgeladen ist und erst wenn er aufgeladen ist, stürmt richtig vor mit der Drohne, lasst den Bombenschlag runter und dann ist es auch nicht so tragisch, wenn man gleich runtergeschossen wird. Ich hoffe natürlich euch hat der Tipp gefallen und geholfen, wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, das würde mir natürlich sehr sehr helfen. Links oben findet ihr den letzten Trick von 14 Uhr, wo ich euch zeige, wie man am besten die Klozombies killt. Rechts daneben den Drohnenkill der Woche, den ihr jetzt da eh schon ein paar Mal gesehen habt, aber ich verlinke ihn euch gerne nochmal, ist ein ziemlich geiler Multikill. Ich sag bis 18 Uhr, tschüss bis zum nächsten Mal und ciao!